Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen führst und nach einer effektiven und gleichzeitig auch flexiblen Methode suchst, um gesund und nachhaltig abzunehmen, ja, dann bleib unbedingt dran. Denn ich möchte dir in diesem Video zeigen, warum Intervallfasten meiner Meinung nach die einfachste und effektivste Methode ist, um als Selbstständiger oder Unternehmerin abnehmen zu können. Ich bin Nicole Lange, ich bin Gesundheits- und Abnehmcoach und ich begleite Frauen dabei, gesund und nachhaltig mit Intervallfasten abzunehmen, damit sie sich wieder wohlfühlen können in ihrem Körper und gleichzeitig auch natürlich durch ihre Selbstwirksamkeit, durch ihre Präsenz, ja, auch ihr Business mit Energie und Freude führen können. Und der erste Grund, warum ich der Meinung bin, dass Intervallfasten die effektivste und beste Methode für Unternehmerinnen und Selbstständige ist, um abnehmen zu können, ist deine Gesundheit. Denn wir alle wissen, wie wichtig es ist, als Selbstständige oder Unternehmerin fit und leistungsfähig zu sein. Deine Gesundheit ist nun mal das Fundament deines Erfolgs. Denn ohne einen gesunden Körper können wir unsere Ziele nicht erreichen und erst recht nicht unser Business erfolgreich führen, weshalb es einfach absolut wichtig ist, dass du die richtige Methode zum Abnehmen für dich und deinen Körper wählst. Was meine ich damit? Wenn du dich zum Beispiel für eine Diät entscheidest, die viel Aufwand von dir erfordert, indem du ständig irgendwelche Sachen kochst, Kalorien zählst, verzichtest, ja, dann mag das sein, dass du kurzfristig abnehmen kannst, aber zu welchem Preis? Denn dein Stoffwechsel wird runterfahren, das heißt, die Energie ist weniger, dein Stresslevel steigt, ja, und all das hat natürlich wenig mit einem gesunden, leistungsfähigen und fitten Körper zu tun, oder? Und hier möchte ich einfach mal ganz kurz das Intervallfasten ins Spiel bringen, denn beim Intervallfasten bekommst du mehr Energie und dein Stoffwechsel wird flexibler. Denn beim Intervallfasten greift dein Körper ganz natürlich auf eigene Reserven, auf die Fettreserven zu, ja, um daraus Energie herzustellen. Und was du vielleicht dafür auch wissen solltest, ist, dass dein Fettgewebe eine viel effizientere Energiequelle ist als Energie, die du zum Beispiel aus Nahrung aufnimmst. Das heißt also, Intervallfasten ist ein Prozess in deinem Körper, der für ihn ganz natürlich ist, weshalb es auch so effizient und leicht ist für deinen Körper. Wenn du Intervallfasten richtig umsetzt, musst du dir nicht irgendwas aufdrängen oder aufzwingen, sondern dieser Prozess funktioniert ganz automatisch und leicht in deinem Körper, weil er natürlich ist. Und zu diesem genialen, natürlichen Fettverbrennungsprozess für deinen Körper muss ich auch sagen, dass er diese Essenspause eben nicht nur für die Fettverbrennung nutzt, sondern gleichzeitig auch dafür nutzt, veränderte Zellen, veränderte Proteine einfach aufzuräumen, wegzubeseitigen. Das Ganze nennt sich auf körperlicher Ebene Autophagie. Ich habe dazu auch ein extra Video aufgenommen, was du auf meinem Kanal findest, um das tiefer zu verstehen und nachvollziehen zu können. Aber was ich dir damit sagen möchte, ist, dass Intervallfasten nicht nur perfekt für die Fettverbrennung ist, sondern gleichzeitig auch super optimal für deine Gesundheit. Und das ist doch genau das, was du als Unternehmerin oder Selbstständige für dein Business und für dich brauchst. Denn ein fitter, gesunder, leistungsfähiger Körper ist die Währung für dein Business. Und damit möchte ich den ersten Grund auch abschließen und dir nochmal ganz klar sagen, dass es einfach absolut wichtig ist, welche Methode du zum Abnehmen für dich wählst. Ja, um eben nicht nur abnehmen zu können, sondern auch fit und gesund zu bleiben. Und das bekommst du mit Intervallfasten ganz natürlich automatisch, wenn du es richtig für dich umsetzt. Und der zweite Grund, weshalb ich der Meinung bin, dass Intervallfasten für Unternehmerinnen oder Selbstständige perfekt zum Abnehmen ist, ist die Flexibilität. Denn im Gegensatz zu strikten Diäten, wo du dich an Sachen und Regeln halten musst und die du durchziehen musst, um dein Ziel zu erreichen, ist Intervallfasten einfach nur ein Lebensstil, der Spaß macht und Energie bringt. Lass mich dir das ganz kurz an einem praktischen Beispiel deutlich machen. Denn ich weiß selbst sehr genau, wie unterschiedlich unser Alltag als selbstständige Unternehmerin ist jeden Tag. Ja, also wir haben einfach ständig irgendwelche unvorhergesehenen Termine. Es gibt Reisen, es gibt Geschäftsessen, unterschiedlichste lange Meetings, was auch immer. Unser Alltag ist jeden Tag anders, weshalb es einfach super wichtig ist, dass wir eine Methode haben, die sich flexibel an unseren Alltag anpasst. Und genau das macht das Intervallfasten, denn du kannst deine Fastenzeiten ganz flexibel jeden Tag an deinen Tag anpassen. Ohne irgendwie eingeschränkt extra kochen zu müssen, verzichten zu müssen, Kalorien zählen zu müssen. Nein, ganz flexibel einfach deine Fastenzeiten, je nachdem, was gerade an dem Tag für dich möglich oder nicht möglich ist, anpassen. Und du kannst einfach automatisch nebenbei abnehmen. Und das klingt jetzt vielleicht wie eine super tolle Wunderpille, ist es auch im Grunde genommen. Aber mir ist es dennoch wichtig, ganz deutlich zu sagen, dass Intervallfasten ein ganz wundervoller Lebensstil ist, der ganz wundervoll für alle Menschen funktioniert, wenn man es richtig anwendet. Besonders hilfreich ist für Unternehmerinnen und Selbstständige, die einfach wirklich jeden Tag andere Herausforderungen stemmen dürfen. Und dass es aber gleichzeitig so ist, dass natürlich Intervallfasten nicht das Einzige ist, was dafür sorgt, dass du einfach so nebenbei abnimmst. Abnehmen muss immer ganzheitlich betrachtet werden. Und das ist mir einfach nochmal ganz wichtig hier zu sagen, dass Intervallfasten nicht bedeutet, du machst jetzt Intervallfasten und nimmst einfach so nebenbei ab. Nein, Abnehmen muss ganzheitlich betrachtet werden. Zum Abnehmen gehören auch andere Fettverbrennungsaktivitäten, deine Einstellung, dein Mindset, all diese Sachen gehören genauso dazu und dürfen mit bedacht werden. Aber Intervallfasten ist einfach das beste Fundament, die beste Basis, die du dir als Selbstständige und Unternehmerin schenken kannst, um gesund und nachhaltig abnehmen zu können. Und allein aus diesen beiden Gründen, also deine Gesundheit und die Flexibilität, bin ich fest davon überzeugt, dass Intervallfasten die beste Methode ist, um gesund und nachhaltig abnehmen zu können als Unternehmerin und Selbstständige. Intervallfasten bringt natürlich noch zahlreiche andere Vorteile mit sich. Aber hier in diesem Video ist es mir einfach nur wichtig, diese beiden Gründe herauszustellen, damit du für dich auch greifen kannst, weshalb Intervallfasten einfach so großartig zum Abnehmen für dich ist. Wenn du also auf der Suche nach einer Methode bist, um gesund und nachhaltig abzunehmen, dann probiere unbedingt Intervallfasten aus. Hier auf meinem Kanal findest du zahlreiche Videos mit tollen Tipps zum Intervallfasten. Du kannst dich gerne zu meiner kostenlosen siebentägigen Intervallfasten-Abnehmen-Challenge annehmen, wo wir Schritt für Schritt jeden Tag das Intervallfasten richtig umsetzen. Oder aber wenn du sagst, hey, das klingt wirklich gut und ich brauche aber jetzt Hilfe und ich will einfach direkt loslegen, kannst du dich auch immer für ein kostenfreies Erstgespräch mit mir anmelden. In dem kostenfreien Erstgespräch nehme ich mir so 10 bis 15 Minuten Zeit. Ich rufe dich an, wir lernen uns kurz kennen. Ich schaue mir deine Situation an, dann weiß ich, wo du stehst, was deine Bedürfnisse sind, was deine Ziele sind. Und wir können einfach als Selbstständige und Unternehmerin in kurzer Zeit effektiv herausfinden, ob ich die Richtige bin, um dich zu deinem Abnehmen-Ziel zu begleiten, um dir dabei zu helfen, dein Ziel wirklich effektiv und leicht zu erreichen. Alle Links, die du dazu brauchst, findest du unter dem Video. Also entweder den Link zur kostenfreien Sieben-Tage-Intervallfasten-Challenge oder den Link zu meinem kostenfreien Erstgespräch. Ich freue mich, wenn ich dich kennenlernen kann, egal auf welche Art und Weise. Und ja, entweder wir hören uns oder sehen uns in irgendwelchen weiteren Videos. Bis dahin, deine Nicole.